Jacques-Caix-Cirac ist tot Der frühere französische Staatschef Jacques-Caix-Cirac ist tot. Der konservative Politiker sei am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Kiracs Schwiegersohn Frédéric Salat Barroques. In der französischen Nationalversammlung, Sie ist das Unterhaus des Parlaments, kündigte Präsident Richard Ferrand den Tod Kiracs an. Danach gab es eine Schweigeminute. Kirac prägte die französische Politik über vier Jahrzehnte mit und zog von 1995 bis 2007 als Staatschef die Fäden im Élysée-Palast. Der konservative Politiker litt seit längerer Zeit unter schweren Gedächtnisproblemen und trat kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Noch während seiner Amtszeit hatte er 2005 einen Schlaganfall. Kirac war für seine Leutseligkeit bekannt, galt zugleich aber als harter Machtpolitiker. International blieb er mit seinem Protest gegen den amerikanischen Irakkrieg in Erinnerung. An der Seite von Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, stemmte er sich gegen die Angriffspläne von US-Präsident George W. Bush. Als erster französischer Staatschef erkannte Kirac die Mitschuld seines Landes an der Verfolgung der Juden während der deutschen Besatzungszeit an. Front-Nationalchef Jan-Marie Le Pen bescherte ihm 2002 eine Wiederwahl mit 82% der Stimmen, weil der Rechtsextreme zum Schock vieler Franzosen in die Stichwahl um das Präsidentenamt einzog, stimmten auch linke Zähne knirschen für Kirac. Zu den Tiefpunkten seiner Karriere gehörte das Nein der Franzosen im Referendum über die geplante EU-Verfassung. Und so.